Entspannen. Entdecken. Hausaufgaben checken. Zuverlässig und kostenfrei gut betreut. In unserer offenen Ganztagsschule. Unsere Türen öffnen sich im Anschluss an die sechste Schulstunde um 12.50 Uhr. In der Mensa wartet ein warmes Mittagessen auf dich. Wenn du dich erstmal austoben musst, dann geht das auf dem Sportplatz oder dem Hausenhof. Um 13.30 Uhr beginnt die Lernzeit. Zusammen mit Schülern aus deiner Jahrgangsstufe erledigst du zuerst das Wichtigste, die Hausaufgaben. Unsere engagierten und qualifizierten Mitarbeiter helfen und unterstützen gerne beim Lernen. Am Ende der Lernzeit kannst du noch Lernstoff oder Vokabeln wiederholen. Solltest du deine Hausaufgabe einmal nicht in der Lernzeit schaffen, kannst du in Ruhe in die Verlängerung gehen. Wir haben Raum und Zeit dafür. Um 14.15 Uhr endet die Lernzeit. Jetzt entscheidest du, was du machen möchtest. Wir haben für jeden das Richtige im Angebot. Ist balancieren, Fußballspielen oder Klettern dein Fall oder eher Tellerdrehen, Diabolo oder Tischtennis. Du hast die Wahl. Auch bei schlechtem Wetter gibt es ausreichend Möglichkeiten für Spiel und Sport. Wenn du es eher ruhiger magst, wartet im Spielezimmer ein Schrank voller Gesellschaftsspiele auf dich. Aber auch Gemeinschaftsspiele wie zum Beispiel Wehrwolf finden regelmäßig statt. Hast du Spaß am kreativen gestalten? Dann nutze unsere Bastelangebote oder komm in die Kreativ-AG. Entwickle deine eigenen Ideen. Gleich um die Ecke findest du die Schulküche. Gemeinsam und mit Spaß gekocht schmeckt es dir bestimmt auch viel besser. Mh, riecht das gut. Ruhig und gemütlich ist es in der Schülerbücherei. Mach es dir hier bequem. Die Anmeldung für die OGS ist zusammen mit der Anmeldung für die Schule online möglich unter www.realschule-ansbach.de. In unserer Schule kannst du auch bei der Anmeldung im Sekretariat das Formular der OGS ausfüllen und abgeben. Und? Alles gecheckt? Komm zu uns in die OGS! Die OGS! Die OGS! Die OMS! Die OGS!